Herzlich Willkommen heute zu einer Runde Prop Hunt in Garrys Mod Mit dabei der wieder Wolf Moinsen! Hat er schon mal gespielt, der Grants Moin! Oh, The Craps Hallo! Ähm, der Good Gaming Hallo! Und auch mal der Dardosh Hallo! Oha! Weißt du, wer heute fehlt, ey? Kapuze Und Early... Ich hab schon gemerkt, dass hier irgendwas falsch ist So still und so ruhig So gute Verstecker heute Irgendwie wählen Dalu und ich immer instinktiv die anderen Teams Das ist ganz einfach, ist doch immer so Wir auch mal mit Dalu spielen Ich will aber Dalu spielen AP Bug Welcher Knopf war nochmal für Sound? F3 Machen wir das jetzt eigentlich mit alle 30 Sekunden drücken? Wir können ja erstmal die erste Runde schaffen Nee, 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 nee Die Map ist gar nicht so groß und die gibt's so wenig Verstecke Ja, das stimmt allerdings Deswegen würde ich sagen, ganz normal Mit F10 kannst du taunt ein Vita Oh, Vita Easy Ich hab... Ich kolle nicht wirklich Oh, hier ist Early Mussten wir bei 4 schon drücken? Nee, bei 3 eigentlich einfach Bei 4 eigentlich nicht Nee Es gibt übrigens ein paar Verstecke Die sind verboten Also denkt dran, wenn ihr nicht sichtbar seid Dann ist das Versteck verboten Es gibt ganz viele davon gerade Ich glaube, ich bin sichtbar Du bist sichtbar Ah, okay, gut Ich dachte nur, das wäre auf mich bezogen Nee, das erste Versteck, was ich gerade gefunden habe Wäre das perfekte Versteck gewesen Dass man mich nie hätte finden können Aber davon gibt's ganz viele Da kann man ja gar nicht hin Sind gerade zwei Leute in den einen Raum reingegangen? Ja, bist du hier? Verdammt! Cheat War noch von Counter-Strike Dalu kann ich zum Beispiel nicht sehen Ich bin einfach zu gut für Dalu kann... Doch Der steht da doch ganz offensichtlich Wenn er... Doch, das ist doch er hier, oder? Hey, du siehst mich doch wohl, Grenz, oder? Ich denke auch Ja Wo hast denn die Banane her, Dalu? Oh! Oh! Oh yeah Hört ihr auch den Gentleman? Wie geil ist das? Gentleman Gentleman Oh Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Weiß man nicht Darf ich euch nicht sagen Nee Was ist der doch? Den Träger Haha Craps, Alter Ich mach Craps Aber dann hast du ihn doch auch gesehen, Vita, oder nicht? Ich hab ihn gesehen, dass er sich bewegt hat Nee Ich konnte nur das Regal sehen Nee, ich war die Tasse halt Oh, Alter, was denn hier ist los? Werd' gedrückt Nee, die konnt ich nicht sehen Ich Konnt nicht frei rumspülen Alter, er ist mal voll die Rockmode im Stiesel, ey Geil, ne? Was er Craps nicht alles kann, Jungs Oho Das ist wirklich unfassbar Dieser Craps Wir haben mal gehört, er ist ganz nett Das ist ne Lüge Die, Bitch Wer ist eigentlich dieser Craps, ey Wer ist eigentlich dieser Craps, ey Es gibt keine bestätigten Berichte So, der gute Dardusch ist jetzt hier in der Nähe Habt ihr gehört? Nicht laufen, wir sind eure Freunde Okay Oh, ich hab ne Tasse zerbrochen Der übrigens verboten sind die Türrahmen Boah, geht dazu In den Türrahmen ist man unsichtbar Okay Leute, ich glaub Dardusch ist hier in der Küche Da gehört er auch hin Macht er nicht auch so nen Job, ey? Was? Ich weiß ja nicht, wo du deine Getränke bestellst, aber Nicht in der Küche wahrscheinlich Dardusch arbeitet? Er ist wie ja, ey Er hat ne Ausbildung, also er arbeitet noch nicht So Was ist denn hier los? Jetzt kann ich der Croc nicht mehr werden Ist unfassbar Ich war er doch eben What the fuck Was ist denn das für ein dummer Bug? Ich bin stuck Und rot Ich bin zucht einfach Gibt's nicht auch so was wie Magna? Gibt's nicht auch so was wie Magna oder so? Doch, mit E Ja, mit E Bei 3 muss man drücken? Ja Ja, bei 3 Okay Ich hab den von dem anderen gerade lauter gehört als meinen Es laufen doch gerade zwei Mal die selben Sounds, Alter Ja, genau Echt? Ich hör's gar nicht Da muss es mega weit weg sein Könnt ihr nochmal abspielen? Das wär ganz nett Wir müssen dann gleich mal wirklich schauen Lalalalalalalalalala Ich drück mal so Oh, Jackass Das läuft sehr lange Das Jackass Ich renne jetzt einmal durchs Schiff Irgendwann muss ich's hören Ich renne jetzt einmal durchs Schiff Nein Was ist zur Musik? Ja, ich kann nicht trennen Oh Gott Schieß doch Schieß doch Schieß doch Schieß doch Schieß doch Ist doch ganz schön gut aus Ab 1 darfst du wieder mitzuhören Aber Ist es noch Krabs? Nee, gut, geh mir auch noch Krabs ist easy zu finden auf jeden Fall Hör auf Jetzt sag nicht sowas Ähm Kurt Nils Eigentlich auch Kurt Nils Ja Kurt Nils LP Aber wenn man sowas sagt, ne Dann, äh Wird man nervöser Dann finden die einen immer ganz schnell Herr Dallosch Ist die vorhin alle so offensichtlich gut? Offensichtlich gut Jetzt sagt er, dass das einfach ist, ne Kommt davon, wenn man vier Beine besitzt Lord Ist das ne Banane? Banane hat nur ein Bein, oder? Ihr müsst drücken Ich glaube, das war klar Banane hat nur ein Bein Habt ihr gedrückt? Dann hieß es ja Ja, beide Ich hör auch beide Okay, ich bin völlig falsch Ich hör keinen Ich bin, ich flieg ja Ich bin ja tot und flieg durch Schiff Ich hör keinen Ich hör auch keinen Ich hab so ein Yeah gehört, aber wo war das? Mach mal Ich hab einen gefunden Der ist unter der Treppe wieder Direkt unter der Treppe Was? Unter der Treppe Ach da Ach man, Alter, hallo Darfst du denn mitraten? Ab einer Minute darf ich mitsuchen Ab einer, ja Stand es da die ganze Zeit überhaupt? Good Gaming Ich war die ganze Zeit da, ja Ich war die ganze Zeit da, ja Ich bin auch schon zweimal dran vorbeigeflogen Krass Weil ich dachte, warum sind die so Weil das Ding lag ja auf dir drauf so schräg Ja, ja, genau Dann war dein Name nicht zu sehen Oh nein Nils Hat er nicht gemerkt Alter, was? Lol, wirklich? Hat er wirklich nicht Er ist vor euch hergelaufen Er ist zwischendurch durchgelaufen vor allem Ich hab ihn nicht gesehen Du hast gewonnen Du hast gewonnen Nice Wo war er? Ich hör die ganze Zeit in einer von diesen dunklen kleinen Kammern die kleinen Zwecke erfüllen Ah doch, da wo ich grad rein bin oder was? Aber wenn man sich da in die Ecke stellt, dann ist man unsichtbar im Schatten Deswegen hab ich mich extra voll reingestellt Aber ich wurde nicht gewonnen, weil keiner reingegangen ist Meins war so offensichtlich, weil ich hatte kein Versteck mehr Und irgendwer trägt einen Koffer, nimmt einen Koffer mit und geht weg und legt den anderen so auf mich drauf Ich dachte ich hätt alle drei kontrolliert Nee Du warst echt aggressiv Ich hab's auf alles drauf gehauen Ja, ich hab mich ja ordentlich runtergeguckt Ich hatte ein bisschen balik Ich hatte blöde Die doofe Zeitung, die ist rumgesprungen Und ich dachte ja, okay Das muss ja einer sein Und wir wollten den draufgauen Da dachte ich mir irgendwann, wieso kriegt keiner P? Ja, ich hab einen Er ist ein Eimer In dem Laderaum Hast du gar nicht? Das gibt's nicht Ich hab ihn eingegeben Ich kam leider nicht schnell genug zu meinem Versteck Ah Hab ich dich Vita Hab ich dich Ich hab vergessen mich zu verstanden Nee, ich war auch nicht schnell genug leider Ist auch nicht wichtig bei dem Spiel Das Stecken wird überbewertet Das muss hier irgendwo gewesen sein Was geht ab? Die Duke ist da Oh shit Das ist echt krass, ne Alter, sollte eigentlich verboten werden das Versteck Einmal kann man sowas ja machen Ja, wir wollen ja auch gewinnen Kann ich wieder nicht richtig sehen Ja, ist auch unsichtbar Kann man keiner eigentlich nicht Sorry Kann ich selber noch nicht Aha Ja Ja, aber reicht nicht Ach, er labert wieder Aber geh wieder in die unsichtbare Ecke Ja, ja Alle davon, ey Meinst du nicht, dass ein Affe ein bisschen auffällt? Ganzer Raum Muss gleich drücken Muss gleich drücken Ich bin der Raum Es ist einfach nie aufgefallen, dass es die Kammer mehr gibt Treppenstufe zu viel Ihr müsst gleich drücken Was heißen ihr? Ja Hast du verstanden, ne Weiß du Bescheid Bin ich männlich? Ja Bin ich sehr männlich? Aua Ist er hier noch auf dem Schiff? Ja Aschloch Ruhe Da haben sie so Tauchanzüge, also Astronautanzüge angezogen und sind außen Ja Ich suche jetzt von außen das Schiff an Selbstzerstörung mit 10 9 Wo bist du? Gleich musst du drücken, gleich Er ist hier, das sagt Er ist hochgeklettert Er ist in dem langen Gang, was zum Cockpit führt Cock gesagt Aber Cockpit ist hier Ja, der ist aber Fuck, wo ist er hin? Es gibt mehr überhunden Ja, er war oben in dem langen Raum Und ist irgendwo sofort wieder runter Aua Ich bring mich sonst um und such gleich Du musst drücken, oder? Ey, gleich Warum will ich so ein Heck? Kann man mal hören? Jeder fahr in dem Raum Jeder fahr in dem Raum Herrlich Ich bin unter dir Arsch Ich bin die Leiter nur hochgeklettert und direkt wieder runtergeklettert und ihr seid so rüchig durch nach oben geklettert Ich bin zu hoch und runter Ich bin zu hoch und runter alles klar I know that feeling, Bro Okay, dann ist da einfach der andere Eimer Du schießt einfach auf alles Der Farbeimer ist auf jeden Fall sehr verdächtig Real Real Eine Farnung rausgeben, bitte Eine Farbung Eine Farnung nach dem Farbeimer Ja Der wurde zuletzt gesehen Im Im Raumschiff Im Raumschiff In der Küche ist wieder Dadosh Er fühlt sich halt heimisch Er ist ein Topf Eine Pfanne Entschuldigung Das ist in Kayleys Room Guck mal wie er gar nichts kann Das ist sein Raum Was soll das eigentlich für ein Raumschiff sein? Aber du bist auch nicht so zugedünnen Treffen, ne Grants? Richtig Die Firefly Was ist die Firefly? Gaming wieder Das ist immer das Raumschiff Vom Layout von außen sieht die aus wie die Corneria aus Star Fox Manno Oh Grants Der stand einfach zu rechtwinklig Ich hatte nichts zum Verstecken Zu orthogonal zum Recht Ah, er muss gleich drücken, Boys Ich bin richtig Ja, ich bin richtig Der Farbe Ah, siehste die Farbe Flüchtige Farbe Ich habe doch den richtigen Raum so gehabt Hängt aber immer der Sound an Aber es gibt doch viele Farbeimer Also warum nimmst du den nicht erstmal fest und stellst ihm Fragen? Vielleicht war das der echte Gott, ich bin schon wieder Still on side Wo spawne ich denn immer? Alter Alter Wie lange haben wir noch Zeit? Zehn Sekunden nur noch Oh mein Gott ey Ich bin tot Ich häng fest Was? Kann man hier jetzt schon gestorben sein? Drei Fest Zwei Eins Go Ah, da sehe ich schon einen Ja, das ist der Vita Oh Oh Fuck Kommt er einfach hier rein Oh, das ist eine Kackmap ey Ich bin so schlecht auf dieser Map Ich habe es aber vorher gesagt Do not run, we are friends We are your friends Ich wollte auch in die Küche eigentlich Ich bin nur falsch rum gegangen Da war ich auch immer in dem Maschinenraum, wo gar nichts war Nur Crabs Da guckt mich so an, so scheiße So siehst du, und wer ist wieder in der Küche? Dardosch Selbst als Hunter schlägt es ihn hier her Finde ich doch gar nicht Oh, das ist ein Pro versteckt diesmal Wem? Von Vita Echt? Ja, ja Zufall Wer lacht da so dreckig? Ich Du weißt gar nichts Ja Oh Oh Drecksgranate immer Nur so kann er es machen Problem 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 Ja No aim Ich glaube ich habe schon öfter gemacht Okay, 10 Sekunden muss er drücken, Leute No aiming LP Ach das ist Vita Ich dachte Vita wäre was anderes So habe ich wie er es geschafft hat dieser Kronenleuter zu sein Drücken Erst wieder Jetzt Auf jeden Fall im vorderen Teil Hast du gedrückt wieder? Ja habe ich Was war für ein Sound Na wieder? Oh Easy Game Na ja zwei Leute waren schon da nicht so gut Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Ich